Wie alle modernen LG-Smartphones hat das neue Spitzenmodell G4 keine mechanischen Knöpfe oder Sensoren auf der Vorderseite. Das Display schaltet man stattdessen mit einem doppelten Fingertipp ein. LG wirbt außerdem mit dem leicht nach innen gewirbten Display. Die spezielle Form soll zu einer unverzerrten Darstellung und leichterer Bedienung per Daumen führen. Im Test konnten wir aber keine spürbaren Vorteile feststellen. Das Standardmodell des G4 kommt mit einer billigen Plastikrückseite. Alternativ gibt es eine Variante mit Lederrücken, die aber 50 Euro mehr kostet. Außerdem findet man auf der Rückseite die Kamera mit Laserfokus und die Knöpfe für das Display und die Lautstärke. Akku und Speicherkarte lassen sich wechseln.